Ich heiße Thorben Bachels, mache eine Ausbildung zum Lageristen im Berufsbildungswerk, bin im zweiten Ausbildungsjahr. Frau Gödde gibt mir Nachhilfe in Mathe, da hilft sie mir bei Hausaufgaben, bei Klassenarbeiten und später bei den Prüfungsvorbereitungen. Also das Berufsbildungswerk bietet seinen Auszubildenden zusätzlich zur Ausbildung im Betrieb und zur Ausbildung in der Schule den Stütz- und Förderunterricht an. Es gibt ein Reha-Team und dieses Reha-Team besteht aus Lehrern, Ausbildern, Mitarbeitern aus dem Internat und aus den Case-Managern. Diese entscheiden über die Teilnahme eines Schülers am Stütz- und Förderunterricht. Untertitelung des ZDF, 2020